Hallo, das ist eine Bewerbung für Magical Butterfly, eine Serie von Stellar Wings 001. Ich spreche für Alexa vor, aber ich kann auch eine andere Rolle bekommen, mir ist das egal. Und es wäre auch nicht schlimm, wenn ich nicht mehr sprechen würde, aber es würde mich sehr freuen. Also, ich bin Prinzessin Blümchen und naja, ich bin auch eigentlich eine Anfängerin darin, aber trotzdem, mir macht es sehr viel Spaß. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich genommen würde. Also, bis dann, tschüss!